Ihr seid im Turn- oder Sportverein aktiv und möchtet mehr Mitglieder gewinnen? Und auch eure Sichtbarkeit als Verein erhöhen? Unterstützung bei der Öffentlichkeitsarbeit erhalten? Ihr möchtet euren Vereinsmitgliedern einen besonderen Tag oder eine besondere Aktion zur Verfügung stellen? Dann nehmt am Vereinswettbewerb Leben liebt Bewegung, tu es für dich teil und begeistert mehr Menschen für Sport und Bewegung. Zusätzlich habt ihr die Möglichkeit, Gutscheine von Benzsport zu gewinnen und euch als Vorreiterverein ehren und hervorheben zu lassen. Und wie kann ich das Ganze machen? Ganz einfach, du meldest dich über das Online-Formular an und schon seid ihr dabei und könnt mit eurem Verein einen Gesundheitstag, einen Tag der offenen Tür oder vieles mehr umsetzen. Weitere Informationen findet ihr in der Beschreibung.